Was geht ab Leute Seins wieder da mit dem Review zu One Piece Kapitel 945, wie immer nach einem kurzen Intro. Wir befinden uns im Flower Capital, wo Orochi noch immer auf der Flucht ist, da er sich bewusst ist, alleine kann er es mit den Gegnern nicht aufnehmen. So langsam muss ich sagen, zweifle ich die Stärke Orochis tatsächlich an. Ich glaube, dass es wirklich nur ein Großmaul Charakter ist, der eigentlich nicht viel drauf hat. Zorro, welcher immer noch sauer auf Orochi ist, möchte hinterher, wird aber noch von Kiyoshiro aufgehalten. Und wenn wir uns Kiyoshiros Lächeln anschauen, frage ich mich, ob er überhaupt schon ernst macht. Er wirkt einfach so selbstsicher, sogar gegen jemanden von Zorros Kaliber. Und wenn wir uns hingegen Zorro anschauen, so wirkt er dead serious. Plötzlich tauchen Fukurukuchu und die Oniwa-Bahn auf. Scheinbar hat Hawkins sie vor den Strohhüten gewarnt und seltsamerweise hält Fukurukuchu die Originalsteckbriefe der Strohhüte in den Händen. Normalerweise hat ja Wano seine eigenen Steckbriefe. Fukurukuchu fordert die Oniwa-Bahn auf einen der Strohhüte zu fangen, denn er möchte herauskriegen, was Fremde in Wano Kuni wollen. Die Dame in den Reihen der Oniwa-Bahn führt eine Technik aus, welche sich Ninja-Kunst Hüllenlaute nennt. Dabei richtet sie ihre Laute auf den Gegner und es kommen Geschosse aus ihr. Damit feuert sie auf Zorro, welcher aber ausweichen kann. Währenddessen übergibt Sanji Toko an Lysop, denn Sanji ist immer noch mit dem Kampf gegen X-Drake beschäftigt und hier denkt man im Grunde, dass X-Drake die Power und Sanji die Geschwindigkeit hätte. Aber man muss sagen, dass X-Drake in seiner Dino-Form trotzdem mit Sanjis Geschwindigkeit mithalten kann bzw. zumindest mit seiner Reaktionsgeschwindigkeit. Brook währenddessen versucht mit seiner Seelenform die Oniwa-Bahn zu erschrecken, was wie vorher auch schon funktioniert. Basil Hawkins, welcher die Hort-Piraten bewacht, trifft nun auf Law, der mittlerweile an der Gefängnisstelle angekommen ist und bemerkt, dass Beppo nicht da ist. Basil Hawkins fühlt sich siegesicher und demonstriert Law auch direkt wieso, denn mit seiner Teufelskraft hat er sich 3 weitere Leben einverleibt und zwar die vom Pinguin, X-Drake und Beppo. Somit, wann immer Hawkins Schaden nimmt, bekommen diese 3 denselben Schaden. Und hier ist jetzt natürlich die Frage, was wird Law daraus machen? An sich dürfte es gar nicht so schwer sein, denn Law hat ja immerhin die Fähigkeit seine Gegner zu besiegen ohne sie wirklich zu schaden. Innerhalb seines Rooms kann er Gegner zerschnetzeln in 10.000 Teile und die leben immer noch weiter. Und so könnte er das ja auch mit Basil Hawkins machen. Er müsste halt seine Freunde auch in Scheibchen aufsammeln, aber es wäre immer noch besser, als wenn sie tot wären. Und wenn er dann in genügend Entfernung weg ist von Hawkins, kann er ja das ganze wieder auflösen. Schauen wir mal. Hiyori wird währenddessen von einem der Oniwabanchu angegriffen. Sanji möchte ihr helfen, ist aber immer noch mit Drake beschäftigt. Aber zum Glück kommt Zorro und rettet Hiyori, welche sich verliebt an Zorro hängt. Das macht Sanji natürlich eifersüchtig und das zeigt er mit seinem Gesicht. Währenddessen in Kuri ist Shootenmaro sauer auf Kinemon, da diese seinen Berg angezündet haben. Die ganze Szene wo Shootenmaro Kinemon zu Boden warf, machte mich etwas stutzig und brachte mich zu dem Gedanken, eigentlich müsste Shootenmaro doch viel stärker sein als Kinemon. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die 9 Red Scubbards alle in etwa gleich stark waren, so hatte Shootenmaro 20 Jahre Zeit zum trainieren, die Kinemon nicht hatte. Kinemon kniet sich vor Shootenmaro nieder und bittet ihm, dass er der Allianz beitritt. Shootenmaro antwortet nur, dass sie ihm folgen sollen, denn er möchte ihnen was zeigen. Und was könnte das nun sein? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es in irgendeiner Form irgendwas schreckliches sein wird und Kinemon und Co. damit verstehen, warum Shootenmaro nicht gleich der Allianz beitritt und warum er eigentlich so pissig gegenüber die ist. Zum Schluss schauen wir noch rüber ins Gefängnis und dort staunen alle nicht schlecht als plötzlich Big Mom vor ihnen steht. Sie möchte nämlich Oshiruku essen. Auch Chopper, Okiko, Otama und Momonosuke, natürlich in Drachenform, damit er nicht erkannt wird, sind ebenfalls im Gefängnis. Queen sagt direkt zu Big Mom, dass sie nichts von seinem Oshiruku abbekommt. Und nun ist Queen echt pissig und verwandelt sich in seine Teufelsfruchtform. Und zwar besitzt Queen die Drachen-Drachenfrucht Modell Brachiosaurus. Nichts hier von wegen Scorpions Ohren. Man hätte darauf kommen können, da seine Frisur an einen Brachiosaurus Hals mit Kopf erinnert. Aber ganz ehrlich, an den Gedanken bin ich überhaupt nie gekommen. Und an dieser Stelle hatte ich mich mega auf einen Kampf der beiden gefreut. Jedoch hat Big Mom meine Pläne zunichte gemacht, denn sie springt rauf, packt Queens Kopf und rammt diesen zu Boden. Es sieht so aus als wäre Queen besiegt. Ich hoffe natürlich nicht, denn ich möchte von Queen noch mehr sehen. Ich finde ihn ein super super Charakter und es wäre wirklich sehr schade wenn er in Warnokuni nicht weiter auftaucht. Leider müssen wir nun warten, denn nächste Woche macht One Piece eine Pause. Dennoch fand ich dieses Kapitel ja recht geil, vor allem weil wir nun endlich Queens Teufelsfrucht zu sehen bekommen haben und der Kampf Big Mom vs Queen vielleicht jetzt richtig losgeht. Wie hat dir das Kapitel gefallen? Schreib mir doch deine Meinung in die Kommentare. Und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen dicken fetten Daumen nach oben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wirds Zeit einmal auf den Abo Button klicken. und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.